Johannes Hartl lehrt außerdem, dass du von deinen Sünden umkehren musst, um gerettet zu werden. Erkennen, dass ich eine neue Kreatur bin, ist biblisch ganzheitlich. Das heißt, du änderst alles in deinem Leben. Deswegen kann Paulus sagen, 1. Korinther 6, du bist im Tempel des Heiligen Geistes. Nein, du kannst nicht zur Prostituierten gehen. Vergiss es. Paulus sagt nicht, du hast es zu deinem Glauben ergriffen und du hast es schon erkannt, aber es gibt auch noch Verhalten. Nein, es ist eins. Es gibt nur eine Umkehr und die beinhaltet alles in deinem Leben. Es ist nicht ein reines Umdenken. Er sagt, erkennen, dass ich eine neue Kreatur bin, ist biblisch ganzheitlich. Das heißt, du änderst alles in deinem Leben. Hat niemand getan, wenn du darauf vertraust, dass du irgendwie alles in deinem Leben änderst oder geändert hast schon. Erstens bist du extrem hochmütig, zweitens du wirst zur Hölle fahren, weil du es nicht zu 100% schaffst, alle Gesetze zu halten, perfekter Mensch zu sein. Du müsstest perfekt sein, wenn es darauf ankommt, auf deine Werke. Dann müsstest du perfekt sein. Du müsstest das ganze Gesetz halten. Du dürfst es niemals sündigen. Gott sei Dank werden wir aus Gnade durch den Glauben gerettet, ohne die Werke. Er sagt außerdem, Paulus sagt nicht, ja, du hast zwar im Glauben ergriffen und du hast es schon erkannt, aber es gibt auch noch Verhalten. Nein, es ist eins. Es gibt nur eine Umkehr und die beinhaltet alles in deinem Leben. Also du kannst nicht einfach nur glauben, sondern zum Glauben gehört eben auch dazu, dass du dein Verhalten änderst. Was ich widerlegt habe schon vorher, wir werden allein durch den Glauben gerettet, nicht dadurch, dass wir unser Verhalten ändern. Und dann sagt er, metanoate. Metanoate heißt nicht nur denkt um. Manchmal wird auch gesagt, Jesus ist rumgegangen und hat verkündet, metanoate und metanoate heißt denkt um. Metanoate heißt nicht nur denkt um. Metanoate war eine griechische Übersetzung für irgendwas, was Jesus auf Aramäisch und Hebräisch gesagt hat. Und was die Reaktion von Leuten war, war, dass sie ihr Leben geändert haben. Metanoate ist die einzige Übersetzung, die du im Griechischen wählen kannst, wenn du meinst, dass jemand echt seine Richtung ändert. Und ich finde es so lächerlich, wie diese Irrlehrer immer gerne zum Griechischen zurückgehen. Erstens heißt das Wort nicht metanoate, sondern metanoite. Also er sollte vielleicht erstmal Griechisch lernen. Jemand, der nicht Griechisch sprechen kann, kann kein Griechisch. Jemand, der nicht Deutsch sprechen kann, kann kein Deutsch. Johannes Hartl kann kein Griechisch. Lass dich nicht von ihm verwirren, wenn er mit griechischen Wörtern kommt. Metanoate, sagt er, heißt nicht nur denkt um. Was er damit meint ist, das Wort Bußetun im Deutschen. Bußetun, sagt er, heißt nicht nur denkt um, sondern laut ihm wäre es eben auch, dass du dein ganzes Leben änderst, dein Verhalten änderst, alles in deinem Leben änderst. Aber hier ist das Ding. Bußetun, umkehren, wird vom Kontext definiert. Bußetun bedeutet im Grunde genommen einfach nur umkehren. Wenn ich zum Beispiel sage, ich ging zum Fitnessstudio, dann fiel mir ein, dass ich mein Handy vergessen hatte und ich tat Buße. Dann bedeutet das im Kontext, es impliziert, dass ich umgekehrt bin, auf dem Weg, zurückgegangen bin und mein Handy geholt habe. Also das Wort Bußetun, lass dich nicht davon abschrecken von dem Begriff. Dieser Begriff wird vom Kontext definiert, weil es einfach nur umkehren bedeutet. Markus Kapitel 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was bedeutet Buße hier im Kontext? Jesus hat nicht gesagt, lebt besser das Leben und glaubt an das Evangelium, sondern er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Umkehr im Kontext bedeutet, an das Evangelium zu glauben. Ich kehre um vom Unglauben und kehre um zum Glauben an das Evangelium. Ich habe vorher nicht geglaubt, jetzt glaube ich an das Evangelium. Das ist die Umkehr, die stattfinden muss bei jemandem, um gerettet zu werden. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, umkehren vom Unglauben zum Glauben. Johannes Hartl behauptet aber, dass die Reaktion einfach immer war, dass Menschen ihr Leben geändert haben. Die Reaktion war, dass Menschen ihr Leben geändert haben. Wer tut so, als sei das einfach immer die Reaktion gewesen, dass Menschen ihr Leben geändert haben. Hier ist das Ding, es ist super, wenn du dein Leben änderst, es ist super, wenn du Jesus nachfolgst. Mach das, aber du wirst dadurch nicht gerettet. Du musst nicht Buße tun von deinen Sünden, um gerettet zu werden. Und das ist die frohe Botschaft, dass du eben nicht das Gesetz halten musst. Dass du eben gar nichts Gutes tun musst, um in den Himmel zu kommen, sondern einfach nur glauben musst an Jesus. Du musst nicht von deinen Sünden umkehren, um gerettet zu werden, sondern an Jesus glauben, auf ihn vertrauen. Wenn Buße verkündigt wurde in der Bibel, dann haben Menschen nicht immer ihren Weg geändert. Dann haben Menschen nicht immer ihr Verhalten geändert. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 21, Vers 32, Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg und ihr glaubt jetzt ihm nicht. Aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und ob ihr es wohl sah, tatet ihr dennoch nicht Buße, dass ihr ihm danach auch geglaubt hättet. Also die Bibel sagt hier, die Pharisäer, die haben Johannes nicht geglaubt, all die schriftgeleitenden Pharisäer, aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und ob ihr es wohl sah, tatet ihr dennoch nicht Buße. Und jetzt kommt's, worin besteht diese Buße? Dass ihr ihm danach auch geglaubt hättet. Siehst du, die Buße bestand darin, oder hätte darin bestehen sollen bei den Pharisäern, dass sie eben auch an Johannes geglaubt haben. Was sie nicht getan haben. Sie hätten Buße tun sollen, da geht's nicht um ihr Verhalten, sondern darum, dass sie an Johannes geglaubt hätten. Buße im Kontext der Errettung ist einzig und allein eine Umkehr vom Unglauben zum Glauben. Ich hab vorher nicht geglaubt, ich glaube jetzt. Apostelgeschichte 19, Vers 4, da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und im Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Also was hat Johannes gepredigt? Was ist das, was er dem Volk gesagt hat, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Also die Pharisäer und Schriftlehrten, die hätten Buße tun sollen und im Grunde genommen an Jesus glauben sollen. Denn Johannes hat Jesus verkündigt, hat das Evangelium verkündigt. Sie haben nicht an das Evangelium geglaubt. Die Zöllner und Huren aber, die glaubten ihm. Die Zöllner und Huren haben Buße getan. Aber hier ist das Ding. Haben sie Buße getan von ihren Sünden? Nein. Was ist die Buße, die sie getan haben? Dass sie vom Unglauben umgekehrt sind zum Glauben. Es waren Zöllner und Huren. Es waren schlimme Sünder. Warum sind sie im Himmel? Nicht, weil sie umgekehrt sind von ihren Sünden? Das ist nicht, was hier steht. Hier ist nur davon die Rede, dass sie geglaubt haben. Außerdem sagt Hartl, dass Jesus gepredigt hat, wie die Umkehrprediger des Alten Testaments, wie zum Beispiel Jona. Und er sagt, dass Jesus gesagt habe, genauso müsst ihr umkehren und Buße tun, damit ihr gerettet werdet. Nun, Jesus hat gepredigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also was ist die Buße im Kontext, eben an das Evangelium zu glauben? Weil sie vorher nicht daran geglaubt haben. Also Hartl zitiert diesen Vers, den er hier zitiert, völlig falsch. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Und er legt Jesus im Grunde genommen Worte in den Mund. Und ich hasse es, wenn Irrlehrer den Namen Jesus, den Namen des Herrn in den Mund nehmen, das Evangelium in den Mund nehmen, die Bibel in den Mund nehmen. Sollen sie alle zur Hölle fahren? Was haben sie mit dem Evangelium zu tun? Was haben sie mit der Bibel zu tun? Nichts. Und der Witter an der Sache ist, dass Hartl in diesem Kontext, in dem er eben sagt, dass Jesus gepredigt hat, wie die Umkehrprediger des Alten Testaments, dass er in diesem Kontext Jona Kapitel 3, Vers 10 nennt. Jona Kapitel 3, Vers 10 sagt, dass Gott ihre Werke sah, dass sie von ihren bösen Wegen umgekehrt waren. Also Gott sah ihre Werke, dass sie von ihren bösen Wegen umgekehrt waren. Warte mal. Die Bibel definiert hier Umkehr von einem bösen Weg, Umkehr von Sünde, Buße tun von Sünde als was? Als Werke. Aber was sagt die Bibel, wie wir gerettet werden? Aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, dass nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sie rühme. Er behauptet, dass wir Buße von Sünden tun müssten, von unseren Sünden umkehren müssten, besseres Leben leben müssten. Ich weiß nicht, wann es dann genug ist, wann es dann endlich gut genug ist, unser Leben, ist es nämlich nie. Er behauptet, dass wir es tun müssen, um gerettet zu werden. Aber die Bibel sagt, dass wir nicht aus Werken gerettet werden. Umkehr von Sünde, Bußetum von Sünde ist Werke. Es ist nicht leicht, von unseren Sünden umzukehren. Ich meine, kehre von deinen Sünden um. Wir sollten das tun als Christen, aber nicht, um gerettet zu werden. Es ist nicht leicht, denn es ist wichtig, an uns für das Haus. Vielen Dank.